Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Rocket Lärbe. Block! 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 Es ist jetzt alles... Höchstgeschwindigkeit! Langsam! Es ist jetzt alles falsch herum. Es ist jetzt alles andersrum. Ich kann nicht sehen! Der Fall liegt auf uns! Der Fall liegt auf uns! Was ist das? Ich dachte, bringe den zusammen! Ja, das ist falsch herum jetzt! Ich kann nicht mehr! Alter, bitte! Was ist das hier, wenn ich von der Watt abfalle? Der Fall liegt in Stahl. Ich kann nicht mehr rauf gehen, kommen! Ich kann nicht mehr rauf gehen! Was ist das? Was machst du hier? Oh Gott! Nein! Du Scheissschlag! Du Scheissball! Ich bin weg! Ich will Eigentor schießen! Wie seht du, weißt du das hier? Boah! Ich bin oben! Ich bin oben, Leute! Ich bin oben! Wie? Ich bin hier oben! Und drück ich! Hier! Bei mir! Hallo! 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 Und hier cocoa! B summer! Philipp Frage, kannst du eigentlich auch? Ein Kickstarter beim run und wie viele Sekunden die Alten sie kommen? Nein, kann man nicht! Schade ich hätte jetzt jede Sekunde ein neues item! ja ich brauche nicht mal ne bankkamera weil da ist die luft fliegt es stimmt eigentlich was bringt der tornado jetzt doch ich wollte einen freudensprung machen aber er hat nicht berührt aha tornado power aber drauf ja zum ring ja erst mal die philippe macht sich komische einstellungen aber egal das ist ein geiler ich hab magnet bringt sich das überhaupt was was ist das was ist das was ist das ich hätte vielleicht einstellungszerstörung ein und ich bin weggekickt, ich bin auf den Kopf, ich bin auf den Kopf, ich bin auf den Kopf! Ich kann mich kaum bewegen! Ich habe nicht mehr wie man rauf geht, du musst einfach so seitlich, so im Kreif fahren, dann kannst du rauf. Warte mal, so meinst du? Ja, so im Kreif, so wie in Wallride. Ok, stacken sind hier OP. Ja, keine Schauf-OP. Ja, meiner hat heute aufgegeben. Alter, du musst dauerhaft springen! Erdbeben! Nicht lass das Erdbeben an! Du Feuerflug-Pokémon, das Erdbeben kann! Ja, nur einfach! Kann nicht fliegen, aber kann Erdbeben! Ja! Oh Gott, ich liegt auf dem Kopf! Was trinkt Gottfass? Oh, ich bin sehr hoch! Hey cool, ich war kurz in der Luft, wo der Hälfte halt für mich hoch ist. Ich war da doch kurz, da bin ich hier wieder zu den Turm gefallen. Schieb dagegen! Was? Äh, Anton, ich habe einen Punch, wenn dieser Typ, der die Erde anziehen so fett gemacht hat, so fühle ich mich gerade. Was? Wieso? Einfach so, weil der ja auch so extreme Anziehungen gemacht hat. Ich, ich muss dann, ich stelle mich bitte mal nicht vor. Sei es die Frau, oder? Nee, nee, der... Schieb dann! Stefan, äh... Vorwärtschipp. Nein, ich... Ha, du meinst den Typ, die Frau ist aber stärker als der. Ja, ja, aber ich mein jetzt mit der Erdbeben ziehen wir einfach, kommt mir das grad so ein bisschen damit vor. Und dann kommt das Fist noch dazu? Komm mit mal. Ich geh jetzt mal währenddessen hier der Mache entühren. Komm! Okay. Oh, Magnet bringt gar nichts. Die Ding bringt auch nichts geklappt. Das bringt, äh, es bringt nur das, das Spike was. Spike und Tarnado, glaub ich. Der ist alles leichter. Spike und Tarnado, glaub ich. Spike und Tarnado, glaub ich. Spike und Tarnado, glaub ich, was. Der Rest bringt nicht so mit dem Spiel. Magneten! Alta, was ist denn das... Nimm. Knopf, meiner. Knopf, meiner. Ich lieg am Boden. K.O. Und man kann kurz springen, wenn man seitlich ist. Was passiert da? Ich hab der Glanzparade gemacht. Hey Niklas, wenn du vor einer kaufst, welche Legion trittst du bei? Keine Ahnung, was gibt's denn? Ritter Samurai Wikinger. Ritter Samurai Wikinger. Ritter Samurai Wikinger. Das ist wie bei Pokemon Go. In welchen Team bist du? Aber Samurai führst du gerade. Na und? Ritter Samurai Wikinger. Wenn du Samurai willst, kannst du eh Ritter spielen. Das ist nur die Fiktion wie bei Pokemon Go. Achso, dann nehme ich jetzt natürlich Samurai. Ja eben. Ja, dann mach ich auch Samurai aber. Nein, Klappau. Nein, Klappau. Hm? Oh. Nix. Oh oh. Wer kam da rein? Welche Tor war das? Unsers. Das war unser. Ich hab nix gesehen, wo waren wir? Ihr habt reichs gemacht. Ja du, warte, warte, einen Tor gemacht. Nein. Das war krass. Ich hab nix gesehen. Ich hab gedacht, das war unsere. Äh, eigene Ahnung oder Tor. Genau, ja, das war auch unser Tor. Das war auch unser Tor. Ich vertrete immer. Ja. Das ist doch lustig, wenn man einfach die ganze Zeit X drückt. Jaaaa. Verlieren wir grad schon wieder gegen den Computer. Ist auch. Ich hab... Das hat eigentlich ange... Ich hab eigentlich erst gegen den Computer verloren, als ich einmal gewonnen hab mit den Computers. Leute, ich bin unterwegs. I am fail. Ja. Ich komme. Keine Sorge. Ich muss immer so ein Greif drehen, um den Ball zu kicken. Ich muss immer so ein Greif drehen, um den Ball zu kicken. Jetzt seht ihr mich eigentlich. Ich bin unterwegs. Wo bist du auch? Jaaaa. Ich bin ein bisschen fest. Jaaaa. Okay, ich bin... Wart du... Wart du... Wart du... Wart du... Tornado und... Dreh dich um. Wo bin ich denn? Hinter dir. Hinter dir. Direkt hinter dir. Hallo. Hi. Ich bin da. Ich bin... Ich bin on the way. Spikes. Ich bin unterwegs. Ein hat Spikes. Ein hat Spikes. Ein hat Spikes. Ich bin unterwegs. Ich hab Spikes. 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 ich wollte kommen gegner hat hat einfach komplett meinst du dich chinesen die hinten arbeiten warte mal kauft sich jetzt vorjahr dabei ich habe ihn gesagt keine ahnung hatte was hat sondern gekostet auch 70 nachdem ob bei playstation weniger wird und den laden billiger wird haben wir boost was er als du bist aber gemacht wenn dann glaube ich ende dieses monat du bist der mann mit dem bar am anfang wollte ich auch was ich wollte auch am anfang dass ich dir kaufe ja scheren halt ja das schuld ist mir noch immer 20 rocket league ja ich komme einfach ganz durch die hier ja dann komm doch wieder anton hast du rocket league gekostet oder hast von mir geschert ja er hat von mir geschert ich helfe mit ja ich meine ahnung ich habe auch gerade sehr wenig geld ich will es mir für die zusammen idioten ja ich will es für die switch sparen ja ja ich muss ja sparen für die in den center wir kommen neue spieler die spieler auch ich spiel koch 80.000 euro ja da haben wir ein bisschen in die luft gewillt war na du ein ja speichern der nutzvoll egal was wo man wie man spielt ja leider kann man sich nicht zerstören ja habe ich ausgemacht ja und das geht in die verlängerung eine portion okay alle drauf kommen ja ich habe ein du musst mal ein springen kann ich schaff das komm her zu mir hinter dir jetzt siehst du mich ganz langsam ach man ja dann drückt dann als ob ihr kind kriegt kommt drückt die haben wegbekommen hat er von uns erwischt also weil wir ihn alle gerüht haben gleichzeitig die lor Nein! Team-Tor! Dann könnte sich nicht entscheiden! Team-Tor! Bitte hatte ich mich nicht ... Trophäe auch! Hey, hey, hey! Ich kann den drin! Oooo! 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 Was das war? Ich bin ein Puck! Ein Puck mit dieser Anziehungskraft, also! Gut, Leute! Das war's für diese Folge! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Und auf Nummer Wiedersehen!